9-1-1, wie lautet Ihr Notfall? Es gab einen Autounfall. Du, es ist mein Handy. Ich muss meine Eltern... Ist ja gut, ganz ruhig. Ich muss meine Eltern... Keine Sorge, wir kümmern uns schon noch um deine Eltern. Ich muss meine Eltern... Wir haben geschlossen. Was soll der verdammte Krach? Ich will mich nur umschauen. Können Sie mir was zu einem verlassenen Auto oder vermissten Jugendlichen sagen? Nein, hier sind nur mein kleiner Bruder und ich. Scheiße. Ein Krankenwagen? Sind Sie auch Sanitäter? Nein, mein Vater war einer. Seit dem Krieg schon. Hat er sich wohl an den Geruch von Blut gewöhnt. Du riesiger scheißblöde Affe! Meine Fresse, was geht da drin ab? Was ist denn... Er bewegt sich nicht. Beeilen Sie sich bitte. Hab keine Angst. Ich bin Notfallsanitäter. ... Pein Angel. Vielen Dank.